Hallo, willkommen zurück bei Agrarsimulator 2012. Wie wir sehen, ist der Typ hier gleich fertig, der Gerd. Gerd hat schon 98% gepflügt. Ich habe jetzt da so lange gewartet. Und wie wir sehen, das Feld wird erst so und dann so hell und dann immer heller. Ja, und das habe ich jetzt ihm selber machen lassen, weil da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, jetzt warten wir mal, bis er das zu Ende gemacht hat. Und dann kommt die Gruppe Arbeit. So. Ich kann mal kurz zugucken, wie er es macht hier. Achso, wenn ich da draufgehe mit dem Mauszeiger, dann sagt er sogar was. Ist okay. Jetzt verstehe ich es. Na gut. Ich habe es ja in der Zwischenzeit, bis der da gepflügt hat, weil das dauert ja ewig. Bis dahin habe ich schon mal mein Essen gemacht. Wieso fährt er erst immer dahinter? Das verstehe ich nicht. Ah ne, hier geht er rein. Achso. Aha. Interessant. Okay. Na dann. Fährt er jetzt dann bei 100% auf oder macht er dann einfach weiter? Wie er will. Oder was passiert dann? Gerd. Gerd, stell dich lieber in den Herd. Und koche was zu essen, sonst gibt es nichts zu fressen. Anstatt hier auf dem Feld. Du ewiger Held. Gott, ich könnte dichter werden. Ich bin Thomas Fontane. So. Und jetzt? Macht er jetzt gleich 100% oder was? Jetzt hört er gleich auf, oder? Da macht er jetzt. Warum wackelt er jetzt so? Und Platten. Platten gefahren. Doll. Jetzt 100. Okay. Und was jetzt? Was nun? Hallo, du bist doch fertig jetzt. Okay, warte, warte, warte. Stoppen. Okay. Also 100% gepflückt. Wo fährt er jetzt hin? Hallo? Was ist jetzt los? Hallo? Ey! Ich stehe nicht meinen Traktor. Hallo? Wo geht er hin? WTF? Oder fährt er jetzt wieder zurück? Okay, dann warten wir mal auf Gerd. Der schlimme Finger. Und ich meine DuckDuckClown, ja? Also nicht jetzt hier über alle Berge fahren. Oh je. Ey, der Gerd, ne? Der hat's drauf. So. Kann man jetzt hier noch Angestellte einkaufen? Ne. Warum eigentlich nicht? Fortschritt 99,6. Warum? Das ist doch schon 100. Das ist 100. Was willst du von mir? Da unten steht 100. Nichts gibt's. Na, komm her. Ich glaube, der fährt erstmal den Traktor zurück. Das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Unglaublich. Aber im positiven Sinne. Wo fährt der jetzt hin? Wieso fährt der dahinter? Na, da. Wo fährt der hin? Hä? Hallo. Hä? Kann es sein, dass er jetzt auf den Hof fährt? Tatsächlich. Ah, der müsste jetzt hier vorbeikommen. Okay. Ganz schöner Umweg, was? Na, komm. Komm her. Der Gerd muss noch viel üben. Wo fährt der hin? Was ist jetzt los? Was ist jetzt? Ah, okay. Gut. Dann kannst du lügen. Und zwar das da. Mit dem Ding hier. Ist bereits mit einem Fahrzeug verbunden. Achso, warte mal kurz. Äh. Das da fahren wir mal kurz weg. Dann müssen wir das rote Teil wieder zurückbringen. Okay, ich lasse mal dem Gerd das gelbe Auto fahren. Also gelbe äh, Doktor. Uh. So. Okay. das da abkoppeln. So. So. Äh. Genau. Den da. Und den da. Landwahl A15 und starten. So. Und Gerd fährt los. Jetzt können wir nämlich mit einem anderen fahren. Und können mal zum Waschen. Jetzt muss ich aber kurz gucken, wohin ich muss. So. Also waschen. Wer viel auf Wiesen und Feldern unterwegs ist, wird schnell entdecken, dass seine schönen Maschinen mit der Zeit immer dreckiger werden können. Wer möchte sich schon derartig präsentieren? Über der Erweiterungsmöglichkeit kann man eine Waschanlage aufrüsten. Wenn sie diese besitzen, können sie Fahrzeuge über das Menü reinigen, sobald sich diese ihrer Garage befindet. Achso. Hm. Also hier oder was? Nee, Silo. Äh. Hier sind die Abteile. Abteile, Belegung, Traktoren. Hm. Nee, das scheint das nicht zu sein. Wo ist denn überhaupt die Waschanlage? Hä? Wo ist denn die? Haha. Über die Erweiterungsmöglichkeit kann man eine Waschanlage aufrüsten. Okay, warte mal. Äh. Service. Nee. Der Markt. Unterstände, Kormühle, Fabrik, Tankstelle, Garage. Hier werden alle neue gekauften Maschinen angeliefert. Optional kann die Garage vergrößert oder auch mit einer Waschanlage, einem Tanklager oder einem Werkstatt aufgerüstet werden. Die Erweiterungen können nur Verwendung finden, wenn sie sich das entsprechende Fahrzeug in der Garage befindet. Aha. Also ich glaube, ich muss in die Garage fahren. Okay, machen wir das mal. Ah, der kommt auch schon. Gott, das ist ja aufregend. Huff. Okay. Und jetzt? Ich geh schon wieder raus hier. Okay. Traktoren. In der Garage. Und wie kann ich jetzt waschen? Abteile. Achso, das sind nur die Tiere jetzt oder sowas. Ah, okay. Tank, Tank, Tank. Aber nochmal, Milch, Wolle, Ei. Mais, Gras, Dung. Hm. Erweiterungen. Geparkt. Erweiterungen. Front, Heck, Schwader. Nee, hier kann ich ja nur Fahrzeuge holen. Das ist nicht das. Abteile. Größe erweitern. Stelle. Nee, 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 nee. Abteile. Größe erweitern, Silo. Nein. Ich will die Garage erweitern. Wie kann ich das tun? Angestellt? Hä? Was ist das hier? Achso. Warte mal, das Spiel ist sichern. Okay. Tiere kaufen, füttern, pflegen, verkaufen. Erweiterungen. Garage erweitern, hier. Okay. Klicken Sie eines der vier runden Symbole rechts neben der Garagengrafik. Lenkrad im Menü an. Was? Rechts neben der Garagengrafik. Eines der vier runden Symbole. Hä? Da? Ah, guck mal. Waschanlage, ja, kaufen. Okay. Treibstofflager, können wir auch machen. Und die Werkstatt auch. Ich rüste das alles auf, ist mir egal. Völlig egal jetzt. So. Alles waschen. Alles waschen. Ach, guck mal, ist schon sauber. Sehr lustig. Okay. Sieht man aber nicht, Ja, doch. Doch, doch. Es ist sauber. Hurra, es ist sauber. Okay. Dann würde ich mal sagen, sichern wir das nochmal. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt gespeichert, ne? Also hier muss man draufdrücken, Abteile, Größe erweitern und so. Genau. Größe erweitern, ne, ne, ne. Okay. Obwohl, wir haben ja genug, ne? Ach, das lassen wir. Okay. Ah, warte mal. Tanken. Tank füllen. Die Menge. Ja, über dich. Ach so, Moment. Hör mal reinfahren. Oder? Okay, alles bedanken, Tank füllen. Jetzt ist voll. Ja, jetzt ist voll. Okay. Na, passt doch. Gut. Dann, Freunde, würde ich mal sagen, wie weit ist der Typ da? 8% Gruppe, ne? Das geht ein bisschen schneller, ne? Wie so mein Eindruck. Okay, dann lassen wir den Typ mal weitermachen. Ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Agrarsimulator 2012. Und dann gucken wir mal, äh, dass wir hier irgendwas sehen können. Irgendwas Schönes, irgendwas Fruchtiges, weiß was ich, was hier gibt. Ne? Irgendwas, das sehen wir ja dann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.